Stell dir vor, es ist Freitagabend und du bist gerade auf dem Weg in den Feierabend. Du triffst dich gleich mit deinen Freunden und freust dich auf einen entspannten Abend. Doch auf dem Weg nach Hause kommt dir plötzlich ein Gedanke. Habe ich in dieser Woche meine Ziele erreicht? Wie war ich? In welchen Bereichen bin ich besser geworden? Es gibt zwei Arten von Menschen. Den einen ist es egal, welche Fortschritte sie innerhalb von einer Woche gemacht haben. Sie freuen sich nur aufs Wochenende, welche sie von ihrem Alltag ablenkt. Dieses Video ist für die andere Art Mensch gedacht. Wenn du die volle Kontrolle über dein Leben haben willst, habe ich im heutigen Video eine mächtige Formel für dich. Sie sorgt dafür, dass du deine Ziele viel schneller und einfacher erreichst. Du kannst sie direkt nach dem Video anwenden. Lass uns anfangen. Freitagabend, du bist auf dem Weg nach Hause. Du siehst dir deine Hand an. Bei dieser Formel steht jeder Finger für eine Frage, die du dir über dich selbst stellen kannst. Die Handformel, von Lothar Seibert entwickelt, ist eine Übung, die dich zu einem reflektierten, selbstbewussten Menschen macht. Wenn du Stifte und Papier zur Hand hast, super, dann schreib dir deine Erkenntnisse auf. Falls nicht, mach die Übung in Gedanken auf dem Nachhauseweg. Beim Daumen geht's um D, wie Denkergebnisse. Frag dich, was habe ich in dieser Woche dazugelernt? Du hast bestimmt an jedem Tag zumindest eine Kleinigkeit dazulernen können. Weiterführende Fragen, mit denen du siehst, wie weit du vorangekommen bist, lauten, welche Lektionen habe ich diese Woche aus meinen Fehlern gelernt? Welche Lösungen sind mir für meine Probleme eingefallen? Beim Zeigefinger geht es um Z wie Zielerreichung. Frag dich, wo bin ich in dieser Woche meinen Zielen näher gekommen? Hast du dich über die Woche gesehen eher produktiv oder eher kontraproduktiv verhalten? Wir alle verzetteln uns manchmal in unwichtigen Dingen und verlieren dann unseren Fokus. Falls du mal nicht auf Kurs bist, solltest du deine Prioritäten hinterfragen und dich auch fragen, warum und wozu du deine Ziele erreichen möchtest. Ist ein bestimmtes Ziel gar nicht mehr so wichtig? Ist ein neues Ziel dazugekommen? Mit diesen Fragen kommt dein Fokus ganz schnell wieder zurück. Beim Mittelfinger geht es um M, wie Mentalität. Wie hast du dich diese Woche über gefühlt? Wann gab es Momente, in denen du euphorisch warst? Wann warst du frustriert? Ziehe eine Bilanz der eigenen Stimmung. Übe dich auch in Dankbarkeit. Wofür kannst du in dieser Woche dankbar sein? Die meisten Menschen legen ihren Fokus auf die negativen Erfahrungen. In der Psychologie nennt man das den Negativitäts-Bias. Mit Dankbarkeit kämpfst du dagegen an. Wenn du dir deine Gefühle regelmäßig anschaust, wirst du zu einer viel stärkeren Persönlichkeit. Das ist hilfreich, um im Leben echte Durchbrüche zu erzielen. Der Ringfinger steht für R, wie Ratgeber. Frag dich, wie habe ich in dieser Woche anderen geholfen? Es ist bekannt, dass schon eine kleine freundliche Geste Glücksgefühle in der helfenden Person auslöst. Wo hast du jemanden unterstützt? Wenn du nichts findest, nimm dir für die nächste Woche vor, mal ein offenes Ohr für jemanden zu haben oder jemanden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Frag dich aber auch, ob du dich hast ausnutzen lassen. Wo solltest du in Zukunft klare Grenzen ziehen und einfach mal Nein sagen? Beim kleinen Finger geht es um K, deinen Körper. Was hast du diese Woche für deinen Körper getan? Wie gehst du mit dir um? Machst du genug Sport? Ernährst du dich gesund? Wie steht es um deinen Schlaf? Vielleicht sagst du jetzt, es ist gerade viel zu tun auf der Arbeit und ich habe keine Zeit dafür. Dann ist es wichtig, dass du Sport, Ernährung und Schlaf zu deiner obersten Priorität machst. Wenn du früher ins Bett gehst, früher aufstehst und schon gleich zu Beginn des Tages Sport machst und gesund frühstückst, startest du gesund in den Tag und sorgst dafür, dass du genug Energie hast. Immer dann, wenn du dir deine Hand anschaust, kannst du ab jetzt gar nicht mehr anders als an die Handformel zu denken. Die werden fast automatisch diese Fragen in den Sinn kommen. Das wird dein Leben verändern, denn die Qualität deines Lebens wird durch die Qualität deiner Fragen bestimmt. Merk dir, Daumen steht für Denkergebnisse, der Zeigefinger repräsentiert die Zielerreichung, Mittelfinger steht für Mentalität, beim Ringfinger denkst du an den Ratgeber und der kleine Finger steht für deinen Körper. Stell dir diese Fragen regelmäßig und du erschaffst dir einen riesigen Vorsprung im Leben. Wenn du dich jetzt fragst, okay Dennis, ich habe jetzt diese Fragen, aber was mache ich damit? Dann musst du natürlich umsetzen. Und fürs Umsetzen habe ich etwas für dich. Meinen kostenlosen siebentägigen Videokurs. Dieser Videokurs gibt dir sieben mächtige Übungen mit, die dir helfen ins Machen zu kommen und das in möglichst kurzer Zeit. Über 1000 Menschen haben bereits daran teilgenommen und wenn du Gas geben willst, wenn du ins Machen kommen möchtest, wenn du deine Ziele erreichen willst, dann ist dieser Videokurs genau das Richtige für dich. Klick einfach auf den ersten Link in der Beschreibung unter dem Video, trag dich ein, hol dir den kostenlosen siebentägigen Videokurs und das erste Video bekommst du noch heute zugeschickt. Viel Spaß damit, das war es von mir, deinem Dennis, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.